Nano VNA Saver, die Software für deinen Nano VNA oder deinen Nano VNA F. Hallo, ich bin Michael, DL2YMR. Jo, und da sind wir schon hier bei mir auf dem Rechner im Nano VNA Saver Programm. Ich verwende hier die Version 0.3.4. Das ist zum derzeitigen Stand die aktuelle Version der Software. So, jetzt aber mal von Anfang. Die Software werde ich erstmal beenden. Ja, und wo bekomme ich die Software? Ich verlinke euch hier unter dem Video wieder die Links, wo man die Software bekommt, wo man erweiterte Informationen zum Nano VNA und zum Nano VNA F bekommt, und auch eine Bezugsmöglichkeit, über die ihr euren Nano VNA F bestellen könnt. Nano VNA Saver ist eine Software, mit der ich hier den Nano VNA über den Rechner betreiben kann. Wir geben hier in Google einfach mal ein, Nano VNA Saver und GitHub. GitHub ist nämlich die Adresse, wo ich die Software bekomme. Wenn ich hier auf GitHub in dem Bereich Nano VNA Saver bin, dann scrolle ich einfach mal runter. Dann gibt es hier die Informationen zum Programm, zu den einzelnen Versionen. Hier gibt es nochmal eine Anleitung. Und hier oben ist der Link bei Releases. Da einmal draufklicken und dann bekommt man hier die entsprechenden aktuellen Versionen. Einmal Nano VNA Saver Mac OS, dann VNA Saver Ubuntu, also für Linux, und Nano VNA Saver für Windows. Und für Windows, das laden wir uns jetzt einfach mal runter. Mal Datei speichern. So, wenn ich jetzt auf das Verzeichnis gehe, hier in Downloads ist Nano VNA Saver Windows Latest. Das Ganze entpacke ich mir in ein Verzeichnis und dann kann ich das auch schon starten. Wenn wir den Nano VNA F hier am Windows System anschließen, werden automatisch auch schon die Treiber für das Gerät installiert. Das Ganze kann ich mir ansehen im Gerätemanager, ob das alles richtig geklappt hat. Gebe ich hier einfach ein Gerätemanager. Da ist er schon. Klickt er einmal drauf. und finde dann das Gerät bei den COM-Ports. Wenn ich hier mal gucke, meine COM-Ports, da ist nur der COM1 aktiv. Das heißt also, hier ist noch kein Nano VNA angeschlossen. Und wenn ich den jetzt mal einschalte... Dann sehe ich, dass hier aktualisiert wird und dass mein Gerät hier an der COM-Schnittstelle 7 hängt. So, ist das soweit geschehen, kann ich meinen Nano VNA Saver, den ich mir hier auf den Desktop gelegt habe, also zumindest die Verknüpfung auf den Desktop gelegt habe, kann ich das hier starten. So, und dann bin ich wieder an dem Punkt, wo ich eben war. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie ich mit der Software Nano VNA Saver arbeiten kann. Schau dir doch auch die anderen Videos zum Thema Nano VNA, die ich erstellt habe, an. Ich verlinke hier nochmal auf die Playlist. Aber jetzt weiter mit der Software Nano VNA Saver. So, nachdem wir den Nano VNA F angeschlossen haben, wird hier unten in diesem Bereich bei Serial Port der Nano VNA erscheinen. Wir sehen hier COM7. Falls das nicht erscheinen sollte bei euch, dann einmal hier draufklicken und dann müsste der Nano VNA hier auftauchen. Wenn nicht, hier nochmal ein Rescan, dann werden die Ports nochmal gescannt und spätestens dann sollte er hier sein. Dann müssen wir Connect to Device betätigen. So, jetzt ist der Nano VNA F hier an COM7 connected und jetzt könnte ich zum Beispiel gleich mal hier was eintragen. Sagen wir mal hier als Startfrequenz, nehme ich mal 1 MHz, kann ich eingeben 1 MHz, und dann hier sagen wir mal 30 MHz. Dann haben wir die ganze Kurzwelle hier durch und sagen einmal hier Sweep. Und jetzt sweept der Nano VNA einmal über den Bereich von 1 MHz bis 30 MHz. Als erstes empfiehlt es sich, für den Nano VNA F hier in der Software eine Kalibrierung vorzunehmen. Die kann ich dann auch hier in der Software entsprechend hinterlegen. Um eine entsprechende Auflösung zu bekommen, sage ich ihm hier oben bei Segmente, dass er hier 10 Segmente nehmen soll. Ich habe jetzt hier den Bereich 1 MHz bis 30 MHz in 10 Segmenten. Wir hatten ja in einem der vorigen Videos gesehen, dass der Nano VNA immer nur 101 Punkte, also 101 Punkt auslesen kann. Wenn ich dann halt nur einen Durchlauf mache, werden auch nur 101 Punkte über die gesamten 30 MHz kalibriert, oder in diesem Fall 29 MHz. Wenn ich hier aber sage, er soll 10 Segmente machen, dann teilt er den Bereich, den ich scanne, in 10 Segmente auf. Das heißt also auch die Anzahl der Kalibrierungspunkte ist um den Faktor 10 größer. Also ich habe dann hier schon mal 1010 Punkte, was die Auflösung schon mal deutlich erhöht. Das machen wir jetzt mal. Also ich habe das hier vorbereitet, 1 MHz bis 30 MHz. 10 Segmente und gehe jetzt hier unten auf den Bereich Calibration. Wenn ich da draufklicke, geht ein Fenster auf und hier kann ich sagen Calibration Assistant. Das ist sinnvoll, das mit dem Assistenten zu tun. Und dann geht hier ein Fenster auf, wo mir nochmal genau gesagt wird, was ich zu tun habe. Ich bestätige das mal mit OK. Und jetzt heißt es Please connect the short standard to Port 0. Also das heißt, den Kurzschluss, der ja bei dem Calibration Kit dabei ist, einmal auf den Port 0. Und der Port 0 ist hier am Nano VNAF, der Port 1. Ich schraube das da jetzt mal drauf und starte jetzt hier die Kalibrierung mit dem Kurzschluss. Das dauert jetzt ein wenig, weil er das wie gesagt in 10 Segmenten macht und ich kürze das jetzt hier mal ab. Als nächstes kommt dann die Aufforderung, den offenen Ausgang zu scannen. Dafür nehmen wir den offenen Stecker und schrauben den hier einmal, das ist wieder der offene Stecker, und schrauben den einmal auf den Port 1. Jetzt bestätige ich wieder mit der OK-Taste und der gesamte Bereich wird nochmal mit dem offenen Stecker gescannt beziehungsweise kalibriert. Wenn das abgeschlossen ist, dann fordert mich das Programm auf, den Load anzuschließen, also den 50 Ohm Abschlusswiderstand. Auch das machen wir jetzt und können das jetzt wieder mit OK bestätigen. So, und jetzt ist der Kalibriervorgang für die Reflexionsmessungen abgeschlossen. Das heißt, ich könnte jetzt mit dem Port 1 Reflexionsmessungen an Antennen usw. vornehmen. Möchte ich aber auch Durchgangsmessungen machen, z.B. ein Bandpass durchmessen oder ähnliches, dann sollte ich mit der Kalibrierung jetzt fortfahren und das machen wir jetzt auch, um eine komplette Kalibrierung zu haben. Das heißt also, ich muss hier einmal mit Yes bestätigen. Jetzt fordert mich das Programm auf, auch ein Load, also ein Abschlusswiderstand, an den Port 2 des Nano-VNA und an den Port 1 des Nano-VNAs anzuschließen. Also wichtig ist hier, dass man den Abschlusswiderstand an dem Port 2 hat und wenn man keinen zweiten Abschlusswiderstand hat, kann man den Port 1 auch offen lassen. Ich habe hier einen zweiten Abschlusswiderstand und so nutze ich den auch und starte jetzt die Kalibrierung. Für den letzten Schritt in der Kalibrierung muss ich den Port 1 mit dem Port 2 mit dem mitgelieferten Kabel verbinden. Wenn das geschehen ist, kann ich auch hier wieder mit OK bestätigen. So, jetzt ist der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen und ich sage hier Apply, um das Ganze auch zuzuweisen. Damit ich später wieder Zugriff auf diese Kalibrierdatei habe, muss ich sie einmal speichern. Ich schreibe mir hier noch einen entsprechenden Kommentar rein, was ich gemacht habe. Ich schreibe mal 10 Segmente, Kurzwelle komplett mit Kalibrationskit und dann sage ich Save Kalibration und dann kann man sich hier ein Verzeichnis aussuchen. Bei mir ist das Kalibrierdaten-Nano-VNAF und man sieht, hier habe ich schon was reingeschrieben und ich nenne das Ganze jetzt mal, damit ich da gleich nicht durcheinander komme, Demo. Speichere mir das ab und damit ist das erledigt. Wenn ich jetzt in Zukunft mir die Kalibrationsdaten wiederholen möchte, gehe ich wieder auf Calibration, sage Load Calibration wähle meine Kalibrationsdatei aus und sage Öffnen und Apply. Damit ist die Kalibrierdatei hier wieder geladen. Jetzt, wo alles kalibriert ist, können wir mal anfangen, hier so ein bisschen rumzuspielen. Also man kann hier eine ganze Menge machen. Man kann sich erstmal das Display einstellen, wie man das haben möchte. Ich kann hier zum Beispiel sagen Show Lines oder kann das auch deaktivieren. Das bedeutet einfach, dass die einzelnen Punkte, die hier gemessen wurden, mit Linien verbunden werden. Und wenn ich das ausmache, ja, dann habe ich halt nur noch die Punkte und das sieht auch nicht mehr so schön aus, ist auch nicht mehr so effektiv. Hier kann ich alles Mögliche verändern. Hier kann ich die Farben verändern vom Sweep, vom Second Sweep, Reference Color. Die Pixelgröße kann ich hier verändern. Original ist das auf 3. Ich kann das bis auf 10 hoch pushen. Ich mache das mal wieder auf 3. Hier kann ich die Liniendicke festlegen. Auch das kann ich einstellen. Hier kann ich die Marker Size einstellen. Also wenn ich hier einen Marker setze, die entsprechende Größe definieren. Ich kann sagen, dass die Marker Nummern zeigen sollen. Also entsprechend hier Marker 1, Marker 2, Marker 3, Marker 4. Kommen wir gleich noch drauf. Ich kann hier die Schriftgrößen verändern und so weiter und so weiter. Auf alles hier eingehen zu wollen, würde den Rahmen dieses Videos einfach sprengen. Wir machen hier mal so ein paar Sachen und dann müsst ihr selber so ein bisschen ausprobieren, was man mit der Software alles machen kann. Hier habe ich zum Beispiel, das ist noch einen ganz interessanten SWR-Marker. Den kann ich hier einblenden und zwar kann ich sagen, also hinzufügen und dann sage ich hier, ich will jetzt zum Beispiel eine Linie haben bei SWR 2. Dann gebe ich hier eine 2 ein. Okay. Dann bekomme ich hier in meinem VSWR-Diagramm und wir haben hier eine Linie bei SWR 2. Das machen wir aber auch erstmal wieder aus. Was ganz wichtig ist, ich kann mir hier bei Display Charts, kann ich sagen, welche Charts hier angezeigt werden sollen. Ich habe hier an erster Stelle das Smith-Diagramm, was man hier sieht. Hier unten habe ich die Reflexionsdämpfung auf dem Port 1. Ich habe hier also an dieser Stelle das Stehwellenverhältnis und ich habe hier Return Loss. Hier kann ich noch ein weiteres Fenster hinzuschalten, wenn ich zum Beispiel hier mal die Dämpfung messen möchte im Vergleich hier auf S11 und S21, also Port 1 und Port 2. Ich kann mir hier zum Beispiel noch die Phase mit drauflegen. Hier würde die Phase angezeigt werden bei der Durchgangsmessung auf Port 2 und so weiter und so weiter. Ich kann mir das auch hier verändern. Wenn ich sage, ich will das Smith-Diagramm nicht sehen, dafür möchte ich Return Loss sehen, dann würde sich das hier verändern. Aber ich lasse das mal so wie es war. Das gefiel mir ganz gut mit dem Smith-Diagramm. Okay, also hier kann man sich die ganze Oberfläche so gestalten, wie man das gerne haben möchte. Ich mache die beiden hier mal wieder weg. Dann werden die anderen nämlich etwas größer. Und so gefällt mir das ganz gut. Und jetzt kann ich beispielsweise mal meine Antenne anschließen an den Port 1 und kann mal so eine 10-Segmenten-Messung hier mit der Software Nano-VNA-Saver vornehmen. Dazu machen wir die Antenne hier mal dran. Und jetzt lassen wir hier einfach mal den Sweep mit 10 Segmenten durchlaufen. Das dauert wieder etwas. Ich beschleunige das wieder ein wenig. Was jetzt hier interessant ist, ist natürlich hier die SWR-Kurve. und hier sehe ich genau die Resonanzen meiner Antenne. Genau wie ich das in dem Video Antenne-Messen mit dem Nano-VNA schon mal dargestellt habe, ist das jetzt hier auf dem Computer auch. Nur natürlich, da wir hier mehrere Segmente abtasten, habe ich hier natürlich viel mehr Auflösung. Und das sieht man daran, wenn ich jetzt beispielsweise mal hier den Bereich von 10 bis 15 MHz mir ansehen will, dann kann ich das hier machen, indem ich die Frequenzachse anders einstelle. Dann sage ich hier, mach mal 10 MHz und mach mal die Stoppfrequenz bei 15 MHz. Okay, und dann sage ich, er soll hier die festgelegte Achse und sehe hier mein Amateurfunkband. Ich kann mir das natürlich noch höher auflösen, wenn ich sage, mach mal die Startfrequenz bei 13 MHz. Dann wird das Ganze noch etwas aufgelöster. Ich kann natürlich auch jetzt nur diesen kleinen Bereich hier kalibrieren. Das möchte ich jetzt nicht machen, weil es einfach wieder viel zu lange dauert. Aber wenn ich diese Kalibration, die wir am Anfang gemacht haben, auf diesen kleinen Bereich beschränke, dann habe ich natürlich noch mal viel genauere Werte. Aber mir soll das hier erst mal reichen. Ich kann jetzt hier einen Marker setzen. Ich klicke hier mal in das Markerfeld und klicke dann hier auf den Bandanfang. Dann nehme ich Marker 2, aktiviere das hier und klicke auf das Bandende. Und kann dann hier ablesen, Marker 1 ist jetzt bei 13,9 MHz. Hier habe ich ein VSWR von 1,282. Am Bandende, das ist der Marker 2, hier zu sehen, habe ich jetzt ein VSWR von 1,523. Also, super Sache. Das ganze Band ist abgedeckt. Ich brauche hier keinen Tuner. Alles super. Das Schöne ist, die Marker, die ich hier gesetzt habe, die sehe ich in den anderen Diagrammen auch sofort. Hier im Smith-Diagramm zum Beispiel oder auch hier im Return Loss. Hier sehe ich auch ganz genau, wo das Band ist und wo die Werte sind. Und das Ganze kann ich hier komplett in diesem Bereich ablesen. Also, hier sehe ich alle Daten, die er erfasst hat und ganz nebenbei hat er hier auch noch die Länge meines Koax-Kabels berechnet. Wenn man das machen möchte, das sollte man natürlich dann bei geöffnetem Antennenende machen. Hier kann ich nochmal die, das entsprechende Antennenkabel auswählen. Ich nehme mal hier RG213, kommt dem glaube ich am nächsten, wird sich auch nicht viel ändern, da geht es nur hier um den Verkürzungsfaktor. Das kann ich mir hier auch noch größer ziehen, sodass der Peak hier ganz gut zu sehen ist. So einfach kann man hier Längenmessungen für Koax-Kabel machen. Ich kann hier noch verschiedene Analysen fahren, ich kann hier Tiefpassfilter, Bandpassfilter, Hochpassfilter und so weiter. Peak Search kann ich machen, kann ich ja hier mal machen. Machen wir mal einen Peak Search im VSWR Run und dann sehe ich bei 10,1109 Megahertz habe ich einen SWR von 3,059 Das ist jetzt hier das Schlechteste und das ist dann dieser Punkt. Also für diese Messungen gibt es unendlich viele Anwendungsfälle und ich kann hier richtig hoch aufgelöst mit dem Nano VNA auswerten und habe eine richtig gute Genauigkeit auch, die dahinter steckt. Also für Amateurzwecke ist das alles hier mehr als ausreichend. Wirklich gute Sache. Also der Nano VNA der begeistert mich immer mehr. Wie gesagt, wenn ihr dazu mehr Informationen haben möchtet, schaut doch einfach nochmal hier unten in der Videobeschreibung da gibt es einige Informationen und ja, für diesen ersten Einblick in die Software soll es das erstmal gewesen sein und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und klick auf die Glocke, damit du nichts verpasst, wenn es hier auf meinem Kanal etwas Neues gibt. Hier kommt von Deine Dort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017